Herzlich willkommen an der Züschpa. Können Sie flanieren, posten, entdecken und geniessen? Züschpa ist für 10 Tage das grösste Shoppingerlebnis in Zürich und bietet Spass für die ganze Familie. In der Degohalle können Sie sich genüsslich durch all die feinen Sachen essen. Züschpa, vom 20. bis 29. September in der Messe Zürich. Wir freuen uns auf Sie. Zürich! 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 Gestalen habe ich eigentlich nicht zu viel. Ich habe mir schlechtes Gewissen gehabt. Meine Eltern haben das schon dafür gesorgt, dass sie nicht die Gange rumstellen. Vielleicht ab und zu ein paar Schlecks. Schlecksachen von den anderen, aber sonst eigentlich nicht. Ja, da wiederum habe ich viel gemacht. Was? Da kann man jetzt nicht... Ja, eben, die Böseste. Ich meine, es waren sicher ein paar unter der Gürtel. Aber ja... Ich könnte jetzt da keiner einfach so gerade rauspicken. Ja, ich komme davon mit Zungen oder ohne. Je einmaler Version. Ja... Ich glaube, mein erstes Mal bekommen habe ich, glaube ich, es war im Kindergarten. Mit Zungen. Nein, ohne Däuche. Nein. Und äh... Ich glaube, die anderen... Ja, wahrscheinlich dann so mal... Ich bleibe im Arsch wohl oder ein bisschen später. Keine Ahnung. Ja, ich würde mal sagen... Ja, ich kann jetzt da nicht so böse sein, oder? Ich meine, es ist... Für mich ist es einfach... Ich bin einfach Hockey-Fan. Neben dem, dass ich auch Hockey spiele. Und ich finde einfach... Ja, es ist... Es ist ein Schnellsport. Es ist intensiv. Es ist... Es ist eigentlich immer spannend. Es läuft etwas. Die besten Fans, natürlich. Und äh... Ja... Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ja... Ja... Eigentlich wäre es mir nicht mal so unwichtig, aber... Ich glaube, mit meinen Haaren kannst du einfach wirklich... Nicht so viel anders machen, also... Ja... Vielleicht äh... Äh... I'm different. For 2 Chainz. Keine Ahnung. Ja... I paid a thousand dollars for my sneakers. They told you a hundred K for a feature. E uh, e uh... Sound on the bed. Beat it up, beat it up. Then I get some hair. Pfff... Mod, letztes Mal. Äh... Geht's eigentlich noch? Tja... Nächste Frage. Hahaha... Herzlich willkommen an der Süspan. Können Sie flanieren, posten, entdecken und geniessen? Süspan ist für 10 Tage das grösste Shoppingerlebnis in Zürich und bietet Spass für die ganze Familie. In der Degohalle können Sie sich genüsslich durch all die feinen Sachen essen. Süspan. Vom 20. bis 29. September in der Messe Zürich. Wir freuen uns auf Sie.